damit willkommen zurück wir sind jetzt nachtseite und vor allem ein bisschen rp ja nein oh ich kann auch abbrechen cool ich stehe doch ja doch Das war's für heute. 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 Guck, hier treibt's mich voll raus. Ja, ich hab' lieber die Straßendinger. Das war's für heute. Das kriegt die Korf nicht. Das war's für heute. 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 Wo fährt denn der hin? Der ist hier einfach... Der Typ! Der NPC! Guck mal, da hinten fahren Bullen! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und her. Schau mal! Das war's für heute. Was ist das? Und wo ist hier ein Schild? Na und wenn du den Mast einfach kaputt fährst, wo das Schild dran hängt. Dann musst du aber ganz schön springen. Was ist das? Ja, da habe ich doch gesagt, der ist da runtergefahren. Was ist das? 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 was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Doch, ich brauche da mehr Anlauf. Ja, beim zweiten Mal. Wir sind wieder in der selben Zielpersonen-9 wie vorhin. Unser Zielfahrzeug wurde gesichtet. Wir nehmen die Verfolgung wieder auf. So, 160, 70, mal sehen ob es schafft. 180, boing. Ich habe davor extra Nitro gedrückt. Ja, aber 180 hatte ich drauf gehabt. Ich glaube nicht, dass das reicht. Und dadurch, dass die Kurve da vorne noch so eng ist, das nimmt mir den ganzen Schwung raus. Tut mir leiseb Movement, Kon starten! Dannentre ich noch bilden grown permairen. Ich habe noch nie genuges gesehen. Tut mir leiseb limitiert. sådanrod辉 Gut doch... Ich komm da nicht durch. Kannst du abhaken. 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 Wir können hier wirklich mehr Einheiten brauchen und stärkere Wagen ganz zu schweigen. Ich brauche Unterstützung. Wisst ihr was? Ihr kriegt sie. Hey, was geht ab? Der Polizeifunk ist die Hölle los. Irgendwer hat die Kopf so mächtig verärgert. Ich scheine mich aufhändig erwischt. Wir dürfen nicht gleich beigeben. Aber auch immer die Drogenkabel abziehen erfordert eine andere Reaktion. Ja, da war Rion. Ich freue mich zurück. Dabei soll das hier doch angeblich mehr heiß wie Verfolgungsfeil eins sein. Haltet euch bereit. Ich werde den Wagen jetzt blockieren. Ich glaube die Luftfeuchtigkeit macht meinen Motor zu schaffen. Ich kriege einfach ein vernünftiges Film drauf. Wir sind inzwischen egal, wie oder was sie mir zur Unterstützung schicken. Hauptsache, wir machen hier verdammten Schock. Aufgeräustete Einheiten sind auf dem Weg. Hier ist eine Zweifelschiff. Der Vollfreude unterwegs. Sofort anhalten. Wichtig, die Luft zu wiederholen. Meine Geschwindigkeit passt. Ich werde den Wagen jetzt drehen. Alter, wie krieg ich denn die los? Ich heize wie ein Beklopter. Ja, aber die... Ja, was weiß ich, wo hier eine Rampe ist. Alter! Wir haben mich über die Planken geschossen. Ich kann hier mal anhalten und warten, bis sie da bist. Ich höre gerade den Polizeifunk ab. Und glaub mir, da draußen wird's heftig. Ich weiß nicht, wie unsere Zielperson aber ein ganz frisches Bremsband immer reagieren. Hey, wir werden jetzt mit der Verstärkung. Kann doch echt nicht sein, dass ich hier alles allein sterben muss. Verstärben leider. Alter! Dann fahren wir halt links. So. Wo ist zu mir? Wo ist hier wieder eine Tankstelle? Ich brauche wieder eine. Jetzt bin ich Schrott! Hey! Solange nur dein Stolz verletzt ist! Auto ist wieder ganz. Keine Ahnung. Wo steht das? Ne, das Auto ist Schrott, jaja. Oder war Schrott. Oh! Ich mach dieses Angebot nicht jedem. Aber ich hab ein paar nette Motoren auf Lager. Sieh sie dir mal an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Ich bin, ja. Ich bin, ja. Ich bin, ja. Und da sind alle los. Aber man muss sich nicht dieses Jäbchen auf. Aber man muss sich nicht hin, wenn ich es gerne hier scharf. Bist du nicht hin? Dann finden wir ja. Ich bin, ja. Und das oben. Ich bin, ja. Und das oben. Also geht's. Bist du nicht hin? Und ich bin, ja. Ich bin, ja. Ich bin, ja. Ya. Ich bin, ja. Ich bin. Ja, dann gehen wir wieder raus und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.